Steht dauernd weh vor deinem Haus, macht dir nichts draus, macht dir nichts draus. Wahrscheinlich bist du radikal, verflixt nochmal, verflixt nochmal. Und machst du einen kleinen Schritt, die kriegen das mit, die kriegen das mit. Frag nicht beleidigt, was das soll, es ist ja nur zu deinem Wohl. Drum schlaf schön ein und gute Nacht, wir werden alle überwacht. Kein Grund, dass man sich Sorgen macht, wir werden alle überwacht. Mach Augen, Mund und Ohren zu, dann lässt man dich vielleicht in Ruh. Doch wenn man dauernd aufbegehrt, das ist verkehrt, total verkehrt. Und hast du eine Erektion, die merken's schon, die merken's schon. Dafür sind sie ja schließlich da, die netten Herren vom WKA. Am besten hat's in diesem Land der Denunziant, der Denunziant. Er hilft dem Staat in seiner Not, drum kriegt er nie Berufsverbot. Denn die Verfassung, die macht Schutz vor Schmutz und Schund und Schund und Schmutz. Gehorsam ist es Bürgers Pflicht und mehr schon nicht und mehr schon nicht. Drum schlaf schön ein und gute Nacht. Wir werden alle überwacht, kein Grund, dass man sich Sorgen macht. Wir werden alle überwacht, drum gute Nacht, drum gute Nacht. Na, gute Nacht. Applaus Klien